Weil wir müssen der Vers... Ja, genau! Ich respektiere zwar die Arbeit von Meister Tinglong, aber uns erwartet Größeres. Es gibt hier ein Gebäude, das laut der Forschung meines Mentors vor allen anderen erbaut wurde. Kannst du Andromitus besuchen? Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau!